es kann sie und wir sind immer wieder bei Minecraft in der 93. Folge und ja Jonas fehlt noch der muss noch was für Jahresarbeit Zeug machen der kommt dann noch in den nächsten Folgen nach aber wir mussten schon mal aufnehmen weil wir sonst keine Folgen mehr gehabt hätten und wir nehmen bis zur Folge es ist ja Nacht draußen bis zur Folge 99 auf wir spielen übrigens auf 1 2 5 Quatsch 152 so rum und Musik darf ich wieder nicht vergessen so und dann gehen wir mal wieder in unsere ne halt das der shader funktioniert immer noch sehr gut hab das jetzt lol was 2 oh scheiße das geht ja schon mal gut los hier ey fuck die creeper ja erstmal mir ein Loch reingesprengt in diese perfekte Landschaft schweigst du dann schweigst du hier schweigst du meine weise Vorschläge habt was man in der hundertsten Folge machen sollen noch schreibt die mal in die Kommentare da damit wir wissen was wir machen sollen halt ne wir haben schon zwar so ein zwei Ideen aber wenn ihr noch was haben wollt dann können wir uns das gerne in den Kommentaren schreiben und wir müssen jetzt Sand sammeln gehen Prozent für die Glas Fenster hier ne und so aber aber erstmal muss man das Holz aussetzen ich gehe entlang ja 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 Philipp und Susanne Schlampe äh was Philipp mit wem hast du gerade geredet mit meinem Papa du hast einen Vater äh ja aber neu du willst auch überhaupt die wiederhälfte ja ja weiß ich nicht völlig unbekannt genauso wie ich nie weiß wie deine Mutter heißt das ist das ist ich weiß auch wie deine Mutter heißt oh die haben ja zufällig den selben Namen oder das klingt jetzt so als wäre es nicht zufällig also es ist wirklich zufällig muss man sagen ja wir sind verwandt ne das wäre scheiße ich kenne mich schon in meinem Intellekt ähm ja hm das ja mal viel weiter ist so hier so wie gesagt noch das Holz dann gehen wir Sand sammeln aber ich will das jetzt noch kurz fertig machen so 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 das ist aber schön Paul das ist aber schön hier Paul macht man die 4x4 Pistentür so eben Paul ein Philipp einfach so ich brauch Platz oh die Sonne blendet oh nein nein Paul was tust du da ich raub dich aus das ist schon das dritte Mal diesen Monat kann es damit zusammenhängen dass ich immer meine Tür aufgelassen habe nein Quatsch au so warte mal ist das jetzt in innerer Höhe ja ich verbiss mich nach Hause ich will nicht mehr mit dem Philipp zusammen sein Minecraft spielen ja Minecraft spielen ja ach ja so warte mal was war jetzt irgendwas war doch was irgendwas war doch ich sehe deine Ruinen oh ja die das erweckt Erinnerungen Philipp oh übrigens wir müssen dann mal bald eine Pause machen weil ich dann Essen gehen muss kurz genau ich muss dann sowieso am Kaschen dann oh Bäume schön so da ist der Schalter ich glaube Paul du hast den Schalter zu weit hinten gebaut oder? das funktioniert so nein scheiße so cool ich komm aber hier ran nein das ist direkt neben der Tür achso und da oben das Dach das muss man auch noch mal ein bisschen umformen weil da jetzt gefällt mir noch nie so ganz perfekt Philipp dann lernen Minecraft spielen konnte ich übrigens auch noch eine Wohnung rein hier oben ne genau genau so und hier muss die Reihe nicht dann auch noch mal auf das war knapp das war knapp das macht die Treppen halt weg man so dann machen wir mal das hier nochmal weg weil da ist das da ist der Schalter ok hier 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 das ist ein geiles Dieb natürlich nur geile Dieber nur geile Dieber nur geile Dieber ja so dann macht das hier nein oh scheiße da was da was da ich muss ja immer da drauf klicken sonst funktioniert es ja ne 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 naja ich kann bloß im Takt tüpfchen weil äh Minecraft und die äh Totspur auf derselben Spur dann letztendlich sind das kann ich machen also Dancen geht aber mit singen nicht so schade schade dann auch hier sie zähl sich denn ja und mit Mann das ist das scheiße ne n das ist dann ist das Grundgerüst und nach hinten schmerzt Naja, das ist gerade bei der Arena eigentlich Was brauchst du? Mein Gasthaus Weißt du das etwa nicht, Paul? Ich glaub ich mach das hier auch einen Länger Probieren wir's einfach mal So Da müsste eigentlich noch was drauf, da vorne, ne? Aber naja, gut Weiß ich nicht, was da drauf soll So, und Da, yeah So Nein! Au, scheiße So jetzt Sand sammeln geht hier Sand, Sand, Sand Ich hab hier noch, ne, hier steht bloß gut drauf, ne Sand Ich hab jetzt zwei Sex Sand Ja, das reicht, aber ich glaube Ich geh muss sowieso mal gehen Das ist eine so großgewachsen, man ist egal Oh, solange hier keiner im Eingangsbereich wächst Das sieht gut aus Oh nein, nicht da rein Ho, geht nur die Grenze Nicht schlecht So Ich müsste auch mal baummäßig was hin Paul, du hast die zwei Eisenbahnen immer noch Nein So, hier geht auch nicht zwei Äh, die zwei Dinger da Doch Wie Eisenbahn Äh, Gitter Ja Das sind so zehn Stück Ich will Sand So, wir haben sich eigentlich unsere Kühe vermehrt hier Alles sieht schon ganz so schlecht aus Muuu Haben die neue Geräusche gekriegt? Keine Ahnung Äh, wo ist Wüste, Paul? Bei mir Wo bist du? Also wo? Muss man da hin, Alter, die Sonne prasselt nie da auf uns, ey Ich führe dich gleich Ich such nur kurz, ähm, ein bisschen Ein bisschen Wohlschön, ne, hab ich nicht Sie kriegt jetzt mal jeder einen Meter Wurzeln noch Uu, ich war ein bisschen schwimmen gerade Unterwasser Au Paul, wo bist du, beim Philipp? Nee Ich komme Ich bin auf dem Weg Für mal Jonas sein Haus Ja, das ist eine Weile, ich habe noch einen Baum abbauen und steht scheiße da So, da Na scheiße ich werde immer ganz melancholisch wenn ich die rückstände von meinem abgebrannten baumhaus sehe ich komme dir entgegen soll ich zum baumhaus gehen du weißt ja wo es ist und zu diesem ausguck baumhaus da so zudem man kann ich in Richtung dein altes baumhaus gehen er vorte dort und die schon ich guck schon mal und du bleibst und hier oben kommt hier schon mal ganz hoch an jeder sieben so richtig ob sich mal hier runter wo ist der Paul lange brauchst noch Paul da es ging geändert eigentlich nicht dann halt nicht sah bloß kurz aus Arte Tatzahn Paul bleibt hier da wo bist du Paul ja komm runter wo bist du hä das war schneewillig hinter dir hallo ich seh dich so Paul leite mich auch auch das Wasser nicht getroffen der Sonne ist scheinbar von dir es muss man darüber da hinten lang ich fühle mich wie in jungen Jahren wenn man hier so durch den Wald läuft Waldläufer hoch hallo hier bin ich aufgewachsen Paulus ein Baumkind ich bin Mowgli was zu machen diese Schlange gejagt er es nicht kennt Dschungelbuch das ist so ein Film da das ist auch ein Buch das ist auch ein Buch scheinbar aber ist ein Film ja es ist ein Film zu sehen aber hier ist ja ja ob ich ihn noch nicht erbauen sondern erst hinter dem Berg da hier ist tatsächlich Sonne man sieht kaum die Abstände oh eine Oase ah oh nein es war eine Vater Morgana ich hab nur im Sand gäng trunken auch schneller so ich hab ich hab das jetzt mit dem Hebel anders gelöst und lebt es ist aber nicht mehr so ist die Kürt hinter dem Berg wie so hinter dem Berg weil in dem Berg mein Haus ist okay da buddelt er buddelt hier den Bergweg oder ne was das macht ok hier hab ich schon angefangen zu buddeln oh warte oh ich hab dir gerade zwei Stacks dahin geworfen gut ja du hast es eigentlich ne ich hab's l mm was braucht man jetzt nicht und mir alle ichira es wird nämlich nach der Streisens ob aber da lassen wir mal eine Beziehung Zu Gott Spielen ich habe eben beziehung da kann ich das schon mal so regeln ich muss mal was essen ein brot und ein apfel lecker vitamine ist vitamine so damit hätten wir auch unseren auftrag von der bundesagentur für jugend oder was auch immer erfüllt dass wir den kindern immer erzählen dass sie schön äpfel essen sollen und so äpfel sind gesund und lecker oh ja das sind sie es gibt nichts leckerer außer Papier außer Papier und Staub auch Staub Staub und hält kein Fett oder Zucker oder sowas das ist also die perfekte Nahrung also er hat euch von Staub Staub jetzt von Rieger und Söhne Rieger und Söhne naja das sind ja ganz schön viele Söhne ja Rieger und Füchter Rieger und Verwandte ja das sind aber auch richtig viele dann ja aber ich bin nicht mit ihm verwandt zum Glück Paul ich hab gehört deine Schaufel ist kaputt gegangen gerade ich benutze ja auch nur Steinschaufel Paul du bist ein Loob nein doch okay ja okay ah ja Sand abbauen macht schon Spaß ne wisst er naja naja gut erlebt noch Prozent er ja und er sich auch er ich habe ich mich auch gerade ich habe das nur jetzt nicht so und das hat nichts mehr als zu tun es kennen kennen würde er alle denn gehalten zum Schaden kennt man das außerhalb so von Sachsen und sojahre bestimmt sie kommt doch noch Sachsen du selber macht geil das Lied das ist aus dem Erzgebirge wenn ich das richtig aus Thüringen kommt jedenfalls nie Paul naja wenn du das damit sagen wolltest genau das würde ich damit sagen obwohl ihr könnt uns ja da mal aufklären in den Kommentaren drüber ach so nochmal danke für 50 Abonnenten jetzt sind wir schon jetzt sind wir schon bei 51 hier hat man das auch verabschieden muss erst mal die nächste Folge es ist nur 8 Uhr schön ist dann kommt er vielleicht auch der Jonas dann bald und er was geht so das tun wir also bis Prozent um 18 Uhr einschalten um ja ja Vielen Dank.